Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und heute das grosse Thema, warum ist Essland uns so weit voraus in diesem Heimunterricht? Und wir nehmen die digitalen Angebote wie WhatsApp und Zoom ein bisschen unter die Lupe, was könnte die? Unser Digitalredaktor Lorenz Keller erklärt Vorteile, aber auch die Gefahren der verschiedenen Plattformen. Das alles kommt jetzt. HamHub ist ein soziales Netzwerk, das aber Open Source ist und das jetzt nur für unsere Schüler reserviert ist. So kann es aussehen, wenn Schülerinnen und Schüler auf einer Internetplattform unterrichtet werden. Eine von diesen Plattformen ist HamHub, ein soziales Netzwerk, das ähnlich funktioniert wie zum Beispiel Facebook. Es gibt verschiedene Module, wie zum Beispiel der Kalender, wo die Tagesaufträge drin abgelegt sind. Dann gibt es einen Ort, wo alle wichtigen Dateien hinterlegt sind, wie Arbeitsblätter oder auch die Lösungen dazu. In der Galerie kann man Fotos von Klassenreisen oder Ausflügen nachschauen. Der Lehrer Michael Walder nutzt diese Seite für sich und seine Klasse für den Unterricht. Er ist es jetzt live per Skype zugeschaltet. Herr Walder, was sind Ihre ersten Erfahrungen mit dieser neuen Seite? Sind Sie zufrieden? Ja, ich denke, das ist für alle eine grosse Herausforderung gewesen. Und Digitalisierung ist immer schon ein Thema gewesen in den Schulen natürlich. Das ist nicht etwas Neues. Aber dass man jetzt gerade von heute auf morgen umstellen musste, von Präsenzunterricht auf Fernunterricht, das war für alle wahnsinnig schwierig gewesen. Sie sagen, wahnsinnig schwierig gewesen. Trotz allem, was ist es vielleicht, was Sie überzeugen hat? Oder was ist das, wo Sie sagen, das hat bis jetzt gut funktioniert mit dieser neuen Seite oder einfach allgemein mit dem Internetunterricht? Bei mir ist es so gewesen, dass ich schon Anfang August, wo ich die Klasse oder einfach Anfang Schuljahr, wo ich die Klasse übernommen habe, angefangen habe mit dieser Plattform, mit dem HomeHub. Und das ist etwas, was mich sehr überzeugt hat, wo sich sowohl die Schüler untereinander verständigen konnten, als auch ich eigentlich meine Inhalte rüberbringen konnte. Das ist eigentlich so ein bisschen unser Treffpunkt vom Schulalltag, wo wir Informationen gesammelt haben oder Informationen geteilt haben. Was haben Sie für Rückmeldungen überkamen von den Schülerinnen und Schülern? Weil wir zufrieden sind, die waren. Haben die gut mit dieser Internetseite umgehen können? Ja, Social Media ist halt ein grosses Thema für die Schülerinnen und Schüler. Und viele wollen Influencer werden und so weiter. Mit so einer Plattform kann man mal in einem geschützten Rahmen ausprobieren, was das heisst und was das bedeutet, sich in so einem sozialen Netzwerk zu bewegen. Weil wir Erwachsenen, wir haben ja das nie gelernt. Wir sind einfach dort hineingeschossen worden und haben einfach mal ausprobiert, um es zu machen. Aber heute weiss man, dass es eben auch viele Gefahren gibt und Sachen, wo man muss aufpassen. Und darum denke ich, mit Schülerinnen und Schülern macht es Sinn, das zuerst auszuprobieren in einem geschützten Rahmen. Die digitale Schule wird in diesen Tagen auch viel kritisiert in unserem Land. Sie selber haben jetzt auch gesagt, es bürgt viel Gefahren. Man muss gut aufpassen. Vielleicht ganz konkret, trotz allem, wo sehen Sie einen Vorteil? Oder sehen Sie das tatsächlich auch für die Zukunft, dass man die Schule auch so machen könnte, von zu Hause aus? Ja, ich denke, die sechs Wochen, die wir jetzt erlebt haben, wird die Schule bliebend verändern. Also die Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Also darum müssen Lehrerinnen und Lehrer eigentlich in der ganzen Schweiz sich auf eine neue Situation einstellen und sich überlegen, wie kann man jetzt das, was in diesen sechs Wochen funktioniert hat, wie kann man das überbringen in den normalen Schulalltag. Michael Walder, das nehmen wir mal gerne mit in den heutigen Tag. Die Aussage von Ihnen, dass man das eigentlich nicht mehr rückgängig machen kann. Was steht heute noch auf dem Lehrplan? Gibt es heute noch Unterricht per Internet? Ja, natürlich, weil am 8 Uhr erwarten meine Schülerinnen und Schüler, dass ich ihnen die Aufträge gebe. Gestern war etwas im Mathe nicht ganz klar. Und jetzt muss ich selber auch wieder ein Video machen, um das irgendwie zu erklären. Und ich hoffe, sie verstehen es nachher mit diesem Video. Michael Walder, selbstverständlich lassen wir Sie jetzt springen. Danke vielmals, dass Sie ganz kurz sein können, dem heutigen Morgen. Und toi, toi, toi weiterhin mit den Internetschulen. Danke sehr. Danke. Danke. Danke.